Musik Willkommen im Kloster Triefenstein, im Raum der Stille. Ich bin Bruder Schorsch und lade Sie ein, mit mir zu beten. Musik Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Danke fürs Zuschauen. In dieser Serie nehmen wir euch mit in unsere Gebete zum Beginn der Arbeit. Wenn dich dieses Gebet angesprochen hat, laden wir dich ein, es gemeinsam mit uns zu beten. Die Vorlage für alle unsere Gebete zum Beginn der Arbeit kannst du hier herunterladen. Wenn du jemanden kennst, dem dieses Video weiterhilft, teile es gerne mit ihm. Oder berichte uns von deinen Erfahrungen mit diesem Gebet in den Kommentaren. Das war's fürасибо. Gott, nimm Herr und mein Gott. być HOLZIE